In dieser Folge, super. Er macht aus mir Bananen-Bee. Er macht Bananen-Bee aus mir. Sag noch einmal, wie du es sagst. Bananen-Bee, Bruder. Bananen-Bee. Most nights I'm lonely, baby. Don't even notice. No, no. My chinchilla. My ddaddaddaddaddaddad. Was geht denn ab, Ladies and Gentlemen? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kein Grund auszupasten. Herzlich willkommen. Schön, dass wir wieder eingeschaltet haben zu Folge. 32. 32. Wonderfully. Hinter den Kulissen haben wir wieder Maxim. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist, Bruder. Wie geht es dir? Alles gut? It's a pleasure being here, guys. It's a lovely today. Oh, lovely. Danke. Schön, dass du da bist. Freue mich sehr. Die Leute pranken sich. Sind die Hosenbeine in den Socken? Oder nicht? Und? Fifty-fifty heute. Fifty-fifty. Haben wir uns schon weiterentwickelt. Nur noch die eine Hälfte ist rein, die andere ist draußen. Vermutlich aus physischen Gründen. Kann man nicht weiter runter. Auf jeden Fall. Warum lacht er so laut mit seinem kleinen Kopf? Ja, bis jetzt glaube ich, Bruder. Keine Ahnung. Der bleibt für mich jetzt hier. Ja, wir starten direkt mal ins Thema, würde ich sagen. Heutiges Thema. Oh, das ist ein kleiner Gingster, gell? Das ist ein kleiner Gingster, gell? Der Tattoo-Folge verloren, Bruder. Der hat verloren, Bruder. Haus hoch. Ne, plus minus eins. Sag einfach Haus hoch. Haus hoch. Haus hoch verloren. Und da haben wir natürlich eine Bestrafung. Ist die hinter ihm, hinter mir? Ne, die Bestrafung des heutigen Tages. Ist ein Zweiteiler. Oh. Zweiteiler finde ich immer interessant. Du bist auch ein Zweiteiler. Auch. Und zwar darf MV Comedy, Mariano Juvenzio, diese ganze Folge, die ganze Folge, das Wort Bruder nicht verwenden. Also, sämtliche Formen von Bruder, Bruderherz, Bruder, Schneid doch einen Arm ab, Bruderherz. Guck mal hier. Schneid doch einen Arm ab, Bala. Guck mal, was hier passiert. So, und am Ende der Folge, während diese Folge vorbei ist, muss er für jedes Mal, dass er gesagt hat, Bruder, Bruderherz, Bruder, Bro, Fra, Fratello, Hermano. Alles, was da hat. Ich darf nicht mal Fra sein. Nicht mal Fra, Lordi, oder alle nix. Okay, das ist krass. Für alle muss er am Ende einen Liegestütz machen, pro Ding, das er gesagt hat. mit einem Arm aber. Auf Kopf, mit Seite von links. Geil. Können wir dazu so einen Zähler einbauen, Patrick, während der Folge? So ein Ding, eins, Ding, zwei. Geil. Geil. Okay, super, machen wir. Bevor wir loslegen, ich habe mal eine Frage, was heißt denn das hier eigentlich? Ich habe hier irgendeine Tasse genommen, was heißt denn das da drauf? Nie 0815, Bro. Hä? Nie 0815. Das heißt, du bist was ganz Besonderes. Ja, hier steht immer 01711. 0711 ist doch die Vorfall von Stuttgart. Ich weiß nicht, was 0711 ist. Ach so, weiß ich doch nicht. 069, Bro. 069 für Stuttgart. Ja, okay. Alrighty. Ja, wir sind Studi, können wir nichts machen. Tage. Neue Folge, neues Glück. Yes, wir gucken mal, was heute das Thema ist und da würde ich einmal den Maxim fragen, was haben wir denn heute da? Wir reden heute über Grenzen von Comedy. Schweizer Comedy, was darf Comedy überhaupt? Interesting. The question. Wie kamen wir da drauf, was ist das Thema? Naja, ihr seid beide ja Comedians. Ja. Okay, allegedly. Und wir machen dann auch Comedy auf der Bühne. Es gibt Leute, die machen auch Comedy auf der Bühne und die sagen ganz schlimme Sachen. Sagen die schlimme Sachen? Manche, habe ich gelesen. Ja. Und die Frage ist, war es da? Wie geht es das okay? Findet ihr das in Ordnung? Oder nicht? Puh, 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 wie ist es heute? Wie war das früher? Ja, früher haben die ja noch ganz andere, schlimmere Sachen gesagt. Ja, man muss ja mit der Zeit gehen. Auch. Ja. Mehr oder weniger. Das schon. Man muss schon wissen, okay, welches Thema, ist grenzwertig, weil es nicht, zumindest wissen. Und dann ist es eine Frage von, wie gut ist der Gag auch. Wie gut ist der Gag, wie gut ist die Beobachtung? Also es hängt von vielen Faktoren ab. Man kann nicht einfach nur sagen, ja, Comedy darf alles und dann einfach nur raushauen. man muss aber auch Verständnis haben für das Level des Künstlers. Also man darf jetzt nicht jemanden direkt runterhauen, meiner Meinung nach, der jetzt ein Newcomer ist, der sich ranwagt an so grenzwertige Themen und das halt nicht so gut kann. Man kann nicht mal, weißt du, den direkt runterhauen und sagen, ja, du bist ein Bastard, du bist dies, so. Sondern versuchen, denen halt konstruktiv Feedback zu geben, sag, hey, arbeite doch erstmal daran und danach traust du dich Step by Step an diese Themen, die grenzwertiger sind, weil es kommt ja auch auf viel, ich denke, Leute verstehen halt nicht oder man hat halt kein Gefühl, nicht verstehen nicht, sondern die können ja nicht verstehen, die können ja nicht wissen, wie viel Comedy auf Details basiert. Im Sinne von, manchmal ein Wort veränderst du und das verändert den Rhythmus, den ganzen Gag, die ganze Wahrnehmung des Gags und deshalb ist es so wichtig, dass man da so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt, das dauert halt Jahre und Jahre, bis man da die Erfahrung hat. Ich meine, wir sind ja selber noch am herausfinden, du weißt ja, wie es ist, manchmal sagst du eine Sache anders und dann knallt das viel mehr und ja, so grenzwertige Themen am Anfang auf jeden Fall, also für alle, die uns vielleicht zuschauen, die selber Comedy machen wollen oder schon machen und ja, lass die Finger erstmal weg von so grenzwertigen Themen, außer ihr habt da wirklich ein gutes Wording, gutes Ding, das knallt direkt, aber wenn ihr seht, das ist so, das schreckt die Leute ab, dann erstmal, erstmal auf normale Sachen fokussieren und dann, wenn man das Handwerk wirklich drauf hat, nochmal, seine eigene Passion, wenn man, manche Leute haben auch einen guten Blickwinkel, weißt du, was ich meine, auf so coole Sachen, aber dann, das ist halt einfach noch nicht so gut. Entweder es kommt nicht authentisch genug rüber, weil du noch nicht so weit bist vom Kopf her oder manchmal ist es auch gut schon geschrieben oder gute Idee, guter Blickwinkel, aber zu früh im Set. Zu früh, genau, es fehlt halt noch ein bisschen was. Da fehlt was davor, irgendwie was dich noch durch das Set bringt, damit du das sagen kannst am Ende. Zum Beispiel, bei mir ist es so, ich habe jetzt auch mit Maxim letztens, war ich ja unterwegs und habe ein paar Sachen getestet und ich habe ja auch so ein paar Nummern, zwei Stück sind das, die ich gerade am testen bin, wo es halt auch so ein bisschen politisch wird, sage ich jetzt mal, nicht wirklich hauptsächlich, sondern es sind Beobachtungen, die die Politik halt betreffen und das finde ich halt einfach funny. Aber ich, selbst ich, habe ich selber gemerkt, wenn ich mich dann im Video oder im Audio höre, wie ich dann so, weißt du, was ich meine? Unsicher. Unsicher. Und das bricht halt komplett meinen Charakter, der halt eigentlich immer sehr sicher dasteht, immer so, weißt du, was ich meine? Und dann auf einmal dieses Äh, dann sind wir, okay, warum Äh. Ja, ja. Und das bringt das Publikum raus und gibt so eine Grundstimmung, die dann auch dieses Unangenehme bringt. Ja, ja, ja. Aber grundsätzlich habe ich nichts dagegen, wenn irgendwas geil geschrieben ist und es auf den Punkt gebracht wurde und es halt ein grenzwertiges Thema ist, dann ist es für mich, ein geiler Joke. Ja, auf jeden Fall. Ein geiler Joke. Und ich freue mich sogar, wenn jemand sich traut, in die Richtung zu gehen. Ja. Weil ich zum Beispiel noch nicht so weit bin, immer noch nicht, bei gewissen Sachen. Ich denke halt so, es ist auch, es ist zum einen, dass es vielleicht auch einfach funny ist und zum anderen ist aber auch diese Anerkennung, dass man sagt, wie gut ist das gemacht? Weißt du, was ich meine? Ja, es gibt viele Beispiele, später werden wir noch machen. Werden wir auch gleich noch drauf eingehen. Ja, aber was ich halt nicht mag, ist, wenn man sowas anspricht und es halt die allererste Beobachtung, die dir einfällt ist und so, was jeder hat. Bruder, das Billigste vom Billigsten hast du genommen und jetzt versucht es. Bruder, natürlich feiern es die Leute nicht. Ja, ja, ja. So, das gibt es auch. Ja, aber ich denke, das sind eher dann Newcomer, oder? Nein. Pro, Pro? Ja, also, in welchem Land sind wir gerade? Machen wir einen Cat Williams jetzt. Machen wir einen Cat Williams jetzt. Den Caddy? Machen wir einen Caddy jetzt. Nein, also wir kennen auch Leute unter uns, die die erste Beobachtung einfach nehmen. Ja, aber auf normale Themen, meinst du jetzt? Nicht auf so, auch auf grenzwertige Sachen. Ja, Bruder, jetzt, müssen wir gleich nochmal Insights geben. Ja, ja, krass, krass, finde ich schon. Aber jetzt kommen wir halt drauf an, wie viel man chillt auch, weißt du, ich meine, das ist immer, so, ja, auf jeden Fall, es gibt viele Dinge, viele Communities, die das leider nicht so gut machen, aber es gibt auch ein paar richtig gute Beispiele, ja, und an denen sollte man sich auch orientieren, weißt du, was ich meine, es ist, schocken ist immer gut, aber nicht des schockens Willen, sondern man muss wirklich das Handwerk auch drauf haben, so sehe ich das, weil ich meine, man muss auch was sagen wollen und der Punkt muss valide sein, der muss schlau sein, der muss auch irgendwie prägnant sein, das muss direkt so, das muss, ich sage immer so, dass, wenn du zum Beispiel einen Bill Burr hörst oder einen Louis C.K., die wirklich ja so, die sind ja dafür bekannt, solche Sachen zu, oder zum Beispiel ein Jimmy Carr, das sind ja so die Leute, die mir direkt einfallen, die immer so harte Sachen sagen, die gehen aber dadurch wie ein Schwert, weißt du, das geht, pop, pop, kurz und knackig, aber jeder Punkt ist aufeinander aufgebaut, jedes Wort passt perfekt und dann das rups, es gibt nichts, wo du dran rütteln kannst, wo du sagst, ja, aber, und die, die dann, ja, aber, dann machen, das sind einfach Leute, die nicht das Handwerk verstehen, einfach dumm sind oder in ihrer Bubble gefangen sind und sich von allem getriggert fühlen. genau das wollte ich sagen, das sollte man dann auch, oder muss man so auch dann bewerten. Ja, genau so muss man es bewerten, wie ist es geschrieben, was war die Intention dabei und ist es clever, so, wenn es clever ist, oder kann man nichts sagen. Genauso wie Kat über den gesprochen hat, über Michael Jackson, der hat ihn auseinandergenommen, aber auf stylisch und alle Punkte genannt, die im Raum standen und der ist da durchgaloppiert, wie du gesagt, ja, gesagt hast, oder wie ein Schwert. Den Rant hat er sich vorbereitet, Bruder. Den Rant hat er sich vorbereitet. Also, falls ihr das nicht, ganz kurz, damit die Leute vielleicht wissen, wovon wir sprechen. Ja. Wir sprechen vom Interview zwischen, wie heißt der nochmal, Shannon, Shannon Sharp. Shannon Sharp und Kat Williams. Ich wollte gerade Shannon Williams sagen. Die haben ein Kind gekriegt, das heißt. Genau, die haben so Dinge, die haben ein Kind gemacht auf diesem Podcast auf jeden Fall. Das war so ein Talk, geht eine Stunde ungefähr, anderthalb. Zwei, zwei. Zwei Stunden sogar, sorry. Ich weiß, das hat mich so auseinandergenommen, da ich mich auf den Boden gesetzt habe und weiter geschaut habe. Ich bin von Couch runter. Dass du nochmal Ding, du sagst, oh. Bruder, das hat mich von der Couch geholt, verstehst du mich? So oder was? Ja, ja. Ja, also Kat Williams redet halt über alle möglichen Comedians, Celebrities und sagt halt alles mögliche, was er so denkt über die. Das ist so richtig so, ahnung, gebe ich shit. about anything. Fertig. So, schon krass. Ja, auf jeden Fall. I tell the truth, but the truth, nee, and only the truth. Yeah, nothing but the truth. absolutely. Oh, lovely. Okay. Ja, das ist so euer, euer Take zu Comedy. Ja, machen wir weiter, Bruder. Ja, genau. Sollen wir jetzt noch Newcomer irgendwie Tipps geben? Jedes Mal, Bruder. Eigentlich habe ich gedacht, die beleidigen, die beleidigen jetzt, aber wollen sie nicht. Okay. Äh, back in the day, Jungs, wie wart ihr, was euer Take zum Sachen, wie war das früher, war das früher anders, war das krasser, war das besser, war das schlechter? Ja, es war halt wie gesagt eine andere Zeit, also, äh, wenn wir zum Beispiel, krassestes Beispiel, was mir einfällt, ist Eddie Murphy, ähm, der hat ja alles mögliche rausgehauen, über, vor allen Dingen, gegen die, äh, homosexuellen Geschossen, und das war halt aber auch eine Zeit, ja, wo das einfach, ja, da war das halt, da gab es auch kein Verständnis für, was ist Homosexualität und was nicht, es war ja, ich glaube, das ist 87, gewesen, äh, Delirious, das Solo von Eddie Murphy, und, ähm, wann, wann war Homosexualität gesetzlich verboten in den USA? 77? Irgendwie sowas, 70er Jahre wurde das, glaube ich, aufgelöst, also das war 10 Jahre danach, davor war das illegal, weißt du, was ich meine, das war eine ganz andere Zeit, man hatte gar kein Verständnis dafür, Leute waren ja immer noch homosexuell verheiratet, auch Celebrities, weißt du, Alton John war, glaube ich, noch verheiratet zu dem Zeitpunkt, das war ja voll das No-Go, das war so was, das war so, das ist so weird, was ich meine, wenn man homosexuell war, heute versteht man das mehr, haben sich viele auch gar nicht getraut, das zu sagen nach außen? Ja, ich denke schon, also ich kann mir das schon vorstellen, du musst dir überlegen, wenn alle denken, wenn ich homosexuell wäre, so, und alle aber denken, das ist ein Volli-Trottel, oder das ist eine Krankheit, oder das ist illegal, dann würde ich mir dreimal überlegen, ob ich das sage oder nicht, vor allen Dingen, wenn ich eine Karriere in Aussicht habe, wie zum Beispiel Sänger und Superstar, so wie Alton John beispielsweise. Ich glaube aber, diese Gags sind auch entstanden, weil viele, wie ich schon gerade gesagt habe, wenn es stimmt, ich weiß nicht, 87, da war ich ja dann immer weiße, viele Leute haben sich ja dann schon so verhalten, also homosexuell, kann man das sagen? Ja, homosexuell ist kein Verhalten, das kann man nicht sagen. Dann, sagen wir, du bist homosexuell, das heißt, du verhältst dich ja, wie erklärst du das? Man sieht es vielleicht, aber du gibst es nicht zu. Okay, du meinst, dass das so ein bisschen dieses angelehnte Ding, so sehr weiblich, sehr feminin, ein bisschen offene Bewegung. aber du willst es nicht zugeben, weil halt dieser Background, ja, und so entsteht halt der Gag. Warum macht der das so und wie kommt der darauf? Der muss doch so sein. Lass mich mal da annehmen. Genau, aber früher war es ja, das ist ja das Bild, was früher gemalt wurde, weil halt die Leute, ich denke mal so, guck mal, jetzt rein, neutral, ich war auch nicht da in der Zeit. Aber verstehst du mich? Ja, 100%. Okay. Ich denke aber, der Gag ist entstanden, weil die dachten, weil nur die Leute, die halt das Extern auch nicht verheimlichen konnten, bei denen war klar, okay, der ist gay, weißt du, was ich meine? So, alle dachten, alle gays sind so. Weißt du, was ich meine? Weil nur die, bei denen es offensichtlich war, dass sie halt diesen feminineren Touch hatten, dieses so, du weißt ja, wie es ist. Jeder weiß ja ungefähr, auch wenn man so früher irgendwie mal einen Schwung, zum Beispiel so. Und ich denke, dadurch ist das entstanden, weil alle dachten, alle sind so, weil alle anderen gesagt haben, nö, ich nicht. aber heute weiß man ja ganz normal, also weißt du, was ich meine? Richtig männliche Jungs sind manchmal auch gay. Das gibt es auch. Das war so das erste Beispiel. Das waren so die ersten Sachen, die es gab und deshalb das Bild war ganz klar. Ich meine, wenn man auch so, ich weiß jetzt nicht genau, ich kann das jetzt nicht nachempfinden, ich habe auch, wie gesagt, ich habe auch ein paar homosexuelle Freunde, aber ich habe noch nie mit denen über dieses Special geredet, ob sie sich davon getriggert fühlen oder nicht. Aber ich persönlich, dadurch, dass ich die Jungs eigentlich ganz gut kenne, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie das eher lustig finden, weil sie sind eigentlich auch Comedy-Fans. Ja, aber es kommt halt auf die Zeit an. Genau. Wenn du halt 87 mit solchen Gags anfängst und die 2024 immer noch bringst, Bruder, nein, das ist ja denkend, das geht ja nicht. Verstehst du? Das geht ja nicht. Dann sind halt Leute, die dann sagen, ja, ich wäre sogar bereit, über homosexuelle Jokes zu lachen, aber Bruderherz, das ist 40 Jahre alt, bring mal was Neues. Das meinen wir. Ja, 100 Prozent. Also heute nochmal, das ist es, um die Klammer zu schließen, warum ich auch angefangen habe. 87 war Eddie Murphy der King, weil er sich getraut hat, Sachen zu sagen, die sonst niemand so richtig gesagt hat. Er hat Sachen angesprochen, die sonst niemand gesagt hat. Er hat auch Ausdrücke gesagt. Eddie Murphy war einer der Ersten, der so Superstar war, der so richtige Ausdrücke gemacht hat. Ich glaube, Richard Pryor war davor, nochmal, aber es gab nicht viele, vor allem in Amerika. Das wird ja, fuck oder shit, wird ja immer noch gepiept, heutzutage im Fernsehen in Amerika. So, und das ist schon, das ist schon krass, dass er sich das so ein bisschen getraut hat. Aber heute, und damit schließen wir diese Klammer hoffentlich, kann man das, also würde ich auch nicht mehr bringen, weil es einfach scheiße ist. Es ist einfach plump, es ist auch nicht mehr die Zeit, ist aber auch plump. Passt nett. So, weißt du, was ich meine? Habt ihr schon mal so mit so Hate zu tun gehabt, dass so Leute gesagt haben, das ist nicht korrekt, was ihr sagt oder das ist nicht witzig, was ihr sagt? Ich schon, ja. Immer. Vor allem auf YouTube. Auf YouTube, ja, auf YouTube sind die Leute, guck mal. Oder YouTube ohne Bild drin, die agressivsten. diese Rambo-Voder. Die sind auf allen drauf, wo du willst. Ich hab's gerade wieder gesagt, was der aktuelle Stand eigentlich gerade, darf man nicht sagen? Also auf YouTube, die Leute sind da. Vor allem, wenn die kein Profilbild drin haben, selbst bei Insta, und keinen richtigen Namen drin haben, das sind die agressivesten, Bruder, Hits. Ich glaub, das ist agressivsten. Aber auf jeden Fall, es ist wirklich, also Leute ohne Profilbild, ich lern noch viel von dir, aber ich feier das, ich berichtige mich immer. Okay? Danke. Die sind krass unterwegs. Die sind richtig krass unterwegs. Ich glaub, die sind so richtig so. So tippen die auch. Die tippen so, Bruder. Mit Mittelfinger noch. Bruder, ich verstehe nicht, vor allem, die gehen immer nur auf meine Sprache ein. so, der sagt zu oft, Bruder, so wie du eigentlich die ganze Folge nicht, Bruder sagen darfst, das haben wir erst jetzt gecheckt, okay? Satzbau, etc., pp., ich kann kein Deutsch sprechen, ich bin von der Hood kein Plan, die haben keinen Plan, aber ich, also, du musst ein bisschen in den Ding reinholen, weißt du, ich mein, Mariano. Sobald ich im Modus bin, kann ich es nicht denken, wenn ich so ruhig bin, dann kann ich es kontrollieren, aber so wie gerade eben, wenn ich in den Modus gehe, ich kann nicht, und du musst halt fragen, guck mal, wenn dein Vater noch einen Sohn hat, wer ist das dann für dich? Mein Cousin. Nee, also, Hate-Kommentare sind auf jeden Fall da, ähm, ich bin auch ehrlich, am Ende des Tages bin ich auch nur ein Mensch, manche treffen mich schon so. Echt? Ja. Und laber nicht. Ja, wenn es so ein falscher Zeitpunkt ist, ich schwör auf alles, boah, weil die wissen ja auch, wie die schreiben müssen, um mich zu treffen. Und, keine Ahnung, manchmal hat man gute Tage, manchmal hat man schlechte Tage, und manchmal, an so einem schlechten Tag, triffst du so einen schlechten Kommentar, da denkst du dir schon so, du kleiner B****, du kennst mich doch gar nicht, wie kannst du sowas schreiben? Aber so, wirklich 90% der Fälle, denkst du so, du kennst dich nicht, aber sagst du kleiner B****, denkst du so, oder was? Bruder, auf welcher Seite bist du jetzt mit deinen Socken anladen? Bist du auf meiner Seite, oder warum stellst du das in Frage? Warum bin ich jetzt, muss ich jetzt, wie Seite, ich bin hinter der Kamera, Bruder, was soll ich dir sagen? Ja, dann bitte kurz, kommen wir out of the dark side, 90% der Fälle, also lache ich drüber, und denken so, also ich finde die eigentlich alle lustig, ich sag dir ganz ehrlich, die, die lustig sind, sind lustig, ich finde alle lustig, auch die, die so richtig dumm, so plump, ey, ich habe Sachen, bei mir stehen, das kannst du nicht glauben, also wirklich, wirklich, ich habe ja richtig viele Shorts, Bruder, richtig viele, auf YouTube, 500, E100, ja sowas, 300, ich glaube, 300 jetzt mittlerweile, wie sowas, 300, ey, was da alles schon kommentiert wurde, das ist das Ding. Gut, dass ich da was vorbereitet habe. Ja? Hast du rausgesucht, oder was? Wir haben den ein oder anderen lustigen, Kommentar, ich habe mal ein bisschen YouTube durchstöbert, ey, das müssen wir so, wie bei, wie hieß diese Sendung von Jimmy Fallon, war es Jimmy Fallon, wo die Kommentare, Tweets gezeigt haben, und die werden dann unten drunter so angezeigt, müssen wir einschneiden. bitte, please, please do that. Bei wem sind wir, Envy oder bei mir? Wir haben, ich fange mal an mit einem vom Envy, mhm, Agro und große Fresse reichen nicht, freine Komme die Karriere, geh wieder Regale einräumen. Verstehst du, das ist, ich kenne den Kommentar, weil ich habe den, ich habe die letzten Tage, habe ich mir Sachen durchgelesen, eigentlich gucke ich sehr, sehr, sehr selten, aber manchmal, wenn diese Anzeige auf YouTube einfach so, das blinkt halt auf dem PC, dann drücke ich halt einmal drauf, und dann werden als erstes Kommentare bei mir, bei den Benachrichtigungen gezeigt. Ja? Und dann habe ich so mal gescrollt, und dann sage ich, oh, hate, 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 hate. Ah, und dann habe ich, weil der ist mir im Kopf geblieben, geh Regale einräumen. Ja. Wo ich mir so dachte, von allen Sachen, die es gibt, hast du gedacht, ich räume Regale ein? Ja, normal. Weißt du, was ich meine? Du hättest Knast sein können, geh weiter Drogen verkaufen, dies, das, nein, geh Regale einräumen. Ist doch Baba. Wo ich mir so dachte, ja, wenigstens ein ehrenhafter Job hier. Dankeschön. Solche sind lustig. Solche sind lustig. Also sowas, ja, mich juckt das gar nicht. Ja, mein von Bono. Ja. Wenn er jetzt noch einen vernünftigen Satzbau hätte, und sich besser artikulieren könnte, könnte man ihm vielleicht noch eine Chance geben. Allerdings kein Vergleich zu wirklich witzigen Stand-ups mit etwas komplizierterem Humor. Das Beste ist ja das, dann schreibt jemand drunter, okay, von wegen, ich kenne ihn privat, er kann sich super artikulieren, bla bla bla, ich weiß gar nicht, was du willst. Steht es da? Ja, ja. Und dann eine Antwort darauf, tut mir leid, dass du so einen unlustigen Menschen persönlich kennst. Bei eurem Humor kriegen ihr schwerbehinderte Fremdscharmen. Wie gesagt, ich finde schon was lustig. Bruder, wenn ich liest für mich. Ich finde das lustig. Aber es ist cool. Darüber kann ich lachen. Darüber kann ich wirklich lachen. Ich sage euch ehrlich, da waren manche mit Mühe, Bruder. Ja, ja. Da haben sich Leute Gedanken gemacht. Also ich glaube, das sind Pros in so Roast. Roast, aber so in diese Aggro, ich bin Internet Rambo, Roast. Und dann so, die freuen sich ja, glaube ich, wenn die noch Antworten auf deren Kommentare bekommen. Ich glaube, die schreiben auch nur Kommentare, weil die antworten wollen oder weil die Likes auf Kommentare wollen. Likes auf Kommentare ist, glaube ich, für die so dieses ich habe 100.000 Follower gemacht. Ah, okay. Manche beleidigen sogar in Kunstform. Ein Beispiel aus Mariano's Fraktion. Wer nichts isst und nichts kann, der wird Comedian. Ja. Ja, da wird auch in Reimen gesprochen. Stark. Dazu steht auch noch das Wort grauenhaft. Ja, was ja stimmt. Das finde ich jetzt nicht lustig. Nee. Aber würde mich jetzt da auch nicht aufregen. Nee. Der trifft mich jetzt nicht. Nee, ist das seine Meinung. Okay, also mich schuckt das nicht ein, nicht ein Prozent. Also wirklich, das ist echt. Ich glaube, das ist mein Lieblings auch aus der ganzen Reihe. Also alles, was ich gelesen habe, das ist der von Bruno. Was ist das denn für eine Hinterzimmer-Migranten- Komedie? Diesen, ich kann das nicht mal lesen. Diesen Schimmelhirnen kann man mittlerweile echt alles zeigen und sie klatschen. Bruder, der hat nicht nur dich, der hat ganzes Publikum bedenkt. Da sitzen 500 Menschen, Bruder. Alle sind von Arsch. Bruder. Ey. Zählst du eigentlich alle Bruders auch? Ja, die sind ja richtig am Start. Die haben es auf jeden Fall schon häufiger gesagt, als ich das wollte ich nur mal gesagt haben. So. äh, das ist schon heftig. Das ist schon heftig, aber, ja, was willst du so jemandem sagen? Weißt du, was ich meine? Du, du weißt nicht, wie der aussieht. Ne, darunter ist einfach, die haben darunter einfach Diskussionsrunde gestartet. Labber. Immer. geiler Kommentar, du rettst mir den Tag, hab den Bananen-Bi hier in der Werbung gesehen und wollte wissen, ob der echt ist. Bananen-Bi. Verstehst du mich? Also, wenn du an einem schlechten Tag das liest, dann denkst du schon so, Bruder, was hab ich denn, was hab ich falsch gemacht? Aber warte kurz. Was hab ich denn jetzt gemacht? Er macht aus mir Bananen-Bi. Verstehst du mich? Ganz kurz. Was? Ganz kurz. Er macht Bananen-Bi aus mir. Bin ich ein Shake? Ich bin ein Shake, oder was? Du bleibst ruhig jetzt. Nein, wir sind hier gerissig. Mensch. Sag's noch einmal, wie du's sagst. Bananen-Bi, Bruder. Einmal so, Bruder, von Seite. Da ist ein Denkkommentar, der springt da drauf. Bananen-Bi. Das ist wie jemand, der seinen Namen aussprechen will, aber ein Sprachbill hat. Und ich denk die ganze Zeit an den Typ, dass er das denkt, dass er es richtig geschrieben hat. Das ist diese Bananen-Bi. Nein, der wollte mich einfach, der wollte mich auseinandernehmen, Mit seinen anderen Komplizen da. Ich kenn's grad nicht. Ohne Profilbild, Username 149, Alter. Da musst du dazusagen, Bruder, manchmal schreiben die nicht in Leinart falsch, Bruder. Haben die nicht einmal sogar falsch geschrieben, als du irgendwo aufgetreten bist. Aber guck mal, bei euch ist ja diese mäßig rassistisch, bei mir ist mäßig rassistisch plus Hautfarbe noch, plus noch Beispiel von Hautfarbe in Rassismus drin. Versteht ihr mich? Ja. So. Ich versteh das schon. Aber das ist also Bananen-Bi. Ja. Wenn du es nur so trocken liest, dann ist es scheiße, Bruder. Ja. Aber wenn du Bananen-Bi so liest, Bruder? So wie du das gerade gesagt hast. Bananen-Bi. Plus, so wie du das gerade gesagt hast. Plus, du lässt dir noch mal den Ding, du lässt dir noch mal, weißt du, du stellst dir den Typ vor, dass er das Bananen-Bi gesagt hat, ey. In meinem Kopf, ich bin gerade einfach gestorben, das war einfach zu funny, natürlich. In meinem Kopf. Aber weißt du, das ist, weißt du, was ich meine, so kleine Rassisten-Dinger, also, das muss. Ja, aber wir müssen immer unterschlucken. Ja, ja. Aber das ist ja immer so, das wird immer so sein. Bleib einfach. Das wird immer so sein, Bruder. Wenigstens, also, ich sag dir, also, prozentual sehe ich aber auch bei Bruno mehr nette Kommentare, als also so bei... Ja, ich habe schon viele nette auch. Das stimmt schon. Ja, bei mir sind auch richtig viele, richtig viele hater Kommentare. Ja. Das stimmt schon, da hast du recht. Ich habe, äh, im Vergleich dazu, vielleicht ein bisschen mehr nette Kommentare, dann on top, aufbauende, supportive, das stimmt schon. Zum Beispiel, hier ist ein schönes Kommentar, da hat er eine Freundin, äh, das sind einfach die nette... Was, was, was? Hat er eine Freundin, das sind einfach Sachen, die... Einfach so. Einfach trocken rein. Rein. In YouTube-Kommentar, Bruder. So, die denkt, ich schreibe jetzt da rein, nee, bin gerade, nee, danke. Ja. 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 Mein Favorit von Mariano war Sandro Wagner. Ja. Kennst du Sandro Wagner? Ja, normal. Ist er jetzt Trainer? Ja, der ist sogar... Co-Trainer, oder? Co-Trainer in der Nationalmannschaft. Ja, sogar. Krass. Findest du, wir sehen ähnlich aus? Ja, ja. Schon, oder? Ein bisschen. Ich glaube, aber das liegt nur am Bart. Ich persönlich denke, es liegt am Bart. Bart und Kopfform. Kopfform, weil er auch so einen schmalen Kopf hat. Ja, ja. Er ist auch so schmal. Ja, ja. Und Bart. Genau, aber ich denke, wenn man uns nebeneinander sieht, dann sieht man, okay, gut, er ist ja deutlich größer, glaube ich. Nicht tätowiert. Nicht tätowiert, 1,2,9, aber auch so die, die Gesichtsform, so, er hat, ich glaube, der Blick ist halt auch so, dieser, wir haben so einen starrenden Blick. Der hat auch so große Augen. Glaube ich, das ist so der Gesamteintrag. Wenn man uns nebeneinander sieht, wenn man nicht... Wenn ich den Namen höre und weiß ungefähr, eines Tages machen wir ein Bild, Sandro, dann zeig mal den Leuten hier. Nicht, doch schon, wenn man dich auf die linke und ihn auf die rechte Seite von Berth das Boot stellt, würde man denken, Familienfoto. Das wäre schon... Den hat er sich vorbereitet. Den hat er sich richtig vorbereitet, auf jeden Fall. Sehr stark. Sehr stark, fand ich gut. Chapeau. Da, 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 da. Haben wir noch einen Hater? Boah, also ich hab noch, bei dir hab ich noch sehr, sehr viele lustige. Bei dir, die geben sich richtig Mühe. Komm, jeder einen noch. Bei Mariana sind halt so was wie, ähm, ich lese mal so, so ein paar vor, weil die alle so, ich hab hier viele kurze, ja, der Spinner ist nicht mal in der Nähe von Lustig, Agro-Pumper mit kurzer Lunte, äh, ui, ist das schlecht. Der macht nur Leute fertig, der hat nicht einen Gag. Nicht mal einen. Ja, 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 ja. Schlechte Witze in der Comedy, was soll das? Kann das weg? Äh, Die gucken sich ja die Crowddinger an und denken, das ist das Programm für 99 Minuten. Ja, genau. Das ziehst du durch, da ist kein Gag drin, du fragst nur, wie geht's, na hallo, und wer bist denn du und woher kommst denn du? Und was ist das für ein Name? Digga. Ein, ein Schlimmst, das kann man sich vielleicht, äh, ich war auf Sonderschule, das macht vielen Kindern kaputt, dass du die beleidigst. Und was ist das für ein Name? Und was ist das für ein Name? Und was ist das für ein Name? Die halt Sachen sagen, wo ich mir so denke, du hast ja, du hast ja nix, nix gecheckt danach. Das ist einfach deine Person. Das sag ich aber, das ist mein Wort. Das machst du bei jedem. Ja, oder? Ja, ja. Das ist so mein Wort. Deshalb, I'm sorry. Vielleicht musst du das auch in den Griff kriegen. Das ist blöd, was denkst du denn? Ist das scheiße, wenn ich das sage? Oder kann man das sagen? Also ich kenn dich halt, du berichtigst mich auch bei jedem Scheiß. Und das ist doch gut, dass man besser wird. Ja, aber ich mein das Wort Sonderschüler. Ach so. Sollen wir das cutten? Was ist ein Sonderschüler? Ja, schreib mal bitte in die Kommentare, weil ich weiß es nicht. Ich bin ja ignorant. Ja. Aber ich bin gerne bereit, mich auf dem Weg der Besserung zu begeben. Ja, begeben. Für mich ist dieses Wort ja nicht wichtig. Ich sag das immer, weil ich das schon immer so gesagt habe. Wenn jemand halt was wirklich, wirklich, wirklich hängen geblieben ist, sagt. Ach Bruder. Ja. Dann bin ich da. Direkt. Das ist glaube ich sowas, ich weiß nicht ob es sowas ist, aber es glaube ich sowas ähnliches wie bei einem Video von mir, wo ich jemanden angesprochen habe im Publikum und man offensichtlich gesehen hat, dass die Person im Publikum so ein bisschen halt zurückhaltender wird oder schüchterner wird, weil sie halt in der Masse angesprochen wird. Ja. Ja. Hat einer geschrieben, ja es gibt die Krankheit, blablabla, in der Öffentlichkeit angesprochen zu werden. Ja, das finde ich glücklich. Ja Bruderherzaller. Ja Bruderherzaller. Ja Bruderherzaller. Du bist doch, du bist hier bei einer Show. Ja Bruderherz aller. Ja, oh, also deswegen finde ich halt in dem Kontext eigentlich diesen Begriff nicht schlimm. Ja. Ich denke halt auch so. Aber wenn du jetzt, ach keine Ahnung, man, schreib mal rein. Ich denke, man muss auch immer so ein bisschen verstehen und dafür muss man auf jeden Fall Empathie haben und das versuchen wir ja immer, weil wir ja viel mit dem Publikum interagieren. Was ist dein Publikum? Auch wer sagt was? Wer kann so einen Spruch auch nehmen? Weißt du, ich würde niemals, also es ist mir bestimmt auch schon mal passiert, aber niemals willentlich runterpanschen oder sowas. Weißt du, was ich meine? Dass jemand irgendwie dann wirklich, dass jemanden beleidige oder sonstiges. Die Show geht doch kaputt. Niemals. Das ist auch nicht Intention des Ganzen. Es ist meistens, jemand ruft was rein, ich sehe sein Gesicht und dann weiß ich, okay, it's all. Weißt du, was ich meine? Die freuen sich, dass ich jetzt gleich was zurücksage. Er sagt was, weil er will, dass ich ihm was sage. Die wollen das. Man sieht das ja auch. Dafür setzen die sich in die erste Reihe. Manche Leute kommen eine Stunde vor Einlass, um in der ersten Reihe zu, die schreiben mir, ob ich den Plätze reservieren kann bei Freie Platzwahlen. Die wollen erste Reihe, Mitte sitzen, dass man auch Konversationen führen kann. So, Bruder, die wollen das. Komm mal zu. Als wir in, wo war das, in Ulm, wo einer bei dir reingerufen hat. Sein Zettel ist super. Eine ruft rein, irgendwas stimmt gar nicht. Diskussion einfach angefangen, so sinnlos. Ihn hat es dann so ein bisschen rausgebracht, er hat dann weitergemacht, durchgezogen. Ich bin auf Bühne, da habe ich gesagt, wer hat reingerufen? Der Papa ist da. Wer hat reingerufen, was ist los? Ich hier, bist du dumm? Hier habe ich das auch gesagt. Auf welcher Sonderschule warst du? Hast du nicht gemerkt, dass er redet? Er hat mit niemandem geredet. Wenn ich rede, ist Interaktion. Das ist Vortrag. Was redest du? Bist du hängen geblieben? Das zündlich. Sorry, Beauftragte für Politik von was weiß ich was. Wo ich mir denke, was redest du? Hast du kein Gespür für gar nichts erlebt? Vor allem bei den Leuten, ich habe das Gefühl, die waren noch nie auf einer Comedy-Live-Show. Die verstehen diesen Vibe gar nicht. Dass ihr ja das Handwerk könnt und wisst, was ihr macht auf der Bühne. Ihr wisst, mit wem redet ihr. Und es gibt auch Shows, da ist man härter und die Leute drehen durch. Und dann gibt es Shows, da merkst du die Grenze. Versuchst ein Mann, die Leute ziehen nicht mit und dann bist du entspannter. Dann kommen gar nicht so harte Punchlines. Und das checken die nicht. Und die waren noch nie auf einer Live-Show. Gucken ein Video, 30 Sekunden von 5 Jahren Programm, die du in 1,5 Stunden packst. Und sagen, ja Bruder, der ist schmodder. Dabei haben die nicht mal Profilbild. Die haben einfach, hier steht ein C, Bruder. Ein C mit türkisem Hintergrund. Nee, das ist immer nur der Anfangsbuchstabe, glaube ich, von dem... Ich weiß, aber mach doch ein Bild rein, ich bin zu dumm. So, deshalb. Ich denke halt so, man muss immer den Vibe catchen. Man muss immer gucken, jemand, der bereit ist... So sehe ich das. Korrigiert mich gerne, wenn ich falsch bin. Aber jemand, der bereit ist, einen Comedian zu unterbrechen bei einer Comedy-Show, der muss auch bereit sein, einen Punch zu bekommen. Fertig aus. Also einen verbalen Punch in deine Richtung zu nehmen, weil du hast dich auch getraut, die Show zu unterbrechen. So. Dein Kommentar war die Show wert. Ist mir auch passiert. Ich habe so die schlechte Bewertung bekommen. Ich muss dazu auch noch das Video posten. Ich habe es in der Story gepostet. Ich habe so eine Bewertung bekommen, dass der Ding... Er ist voll arrogant, weil er hat alle nach Namen gefragt. Als er nach Namen gefragt wurde, hat er die Frau einfach beleidigt und hat gesagt, Schade, das stimmt nicht. Es stimmt, aber es stimmt nicht, so wie sie es gesagt hat. Ja. Ich habe alle gefragt nach den Namen und dann wollte ich was erzählen dazu. Ich habe was aufgebaut. Das ist ja Teil des Handwerks. Ich habe Leute gefragt, damit ich Informationen sammle, um meine These, meine Prämisse zu bestätigen. Aha. Dass alle türkischen Namen, die meisten wissen, von den Türken wissen alle ihre Namen. Und Deutsche wissen das meistens nicht. Nicht. Weil das kein Wort ist, keine Bedeutung. Türkschen Namen ist ja wirklich das Wort. So zum Beispiel, wie ist sie, Göksu, Himmel, fließendes Wasser. Die wusste das direkt, weil das Wort das ist. Göksu, nicht heißt das. Zum Beispiel, Stefan heißt der Gekrönte. Aber das hat keine Verbindung. Weißt du, das heißt irgendwie so, aus welchen Gründen. Das ist das Wort. Wenn du das türkische Wort übersetzt, Göksu, steht Himmel. Oder himmlisches Wasser. Weißt du, was ich meine? Das Wort ist das. Darauf wollte ich hinaus. Und dann sage ich so, will ich das gerade erzählen? Das ist so die Bedeutung und das Ding. Und ich bin mitten in dem, was ich erzähle. Und eine Frau unterbricht mich, während ich erzähle und sage, was heißt eigentlich dein Name? Daraufhin habe ich gesagt. Mein Name heißt. Mein Name heißt. Ah, shut up. Ja, noch besser. Das ist eine Punchline. Noch besser. Verstehst du? Durchgedreht. Sieben Leute haben Reddance getanzt. Eine Frau. Noch besser. Ich lache selber. Ich lache mich selber tot. Ich fand das einfach selber zu lustig, dass mir das gerade eingefallen ist. Weil das ist einfach funny. Du kannst mir sagen, was du willst. Wenn sie mich fragt, und ich habe gerade alle nach Bedeutung gefragt, und ich will gerade was dazu erzählen, ich bin gerade im zweiten Satz und erzähle was, und sie unterbricht mich und sie sagt, mein Name heißt shut up. Und ich habe es auch so gesagt. Und deshalb, was ich so lache, weil ich diesen Ding so gemacht habe. Ich lache mich wirklich so 30 Sekunden Schrott. Also das stimmt schon, was sie gesagt hat, aber der Kontext. Ja, die hat es nicht gecheckt. Die hat es nicht gecheckt. So. Und daraufhin hat sogar noch eine Frau gesagt, kann ich deine Lache als Wecker haben? Und dann dachte ich so, das ist ein komischer Fetisch. Da möchte ich nicht drauf eingehen. So. Auf jeden Fall. Ne, das kann passieren. Vor allem der hat das gemacht. Die hat sich beschwert. Und dann hat sich die, zu der er das gesagt hat, statt zu ***, hat sich gemeldet und hat gesagt, er hat es zu mir gesagt, weil er war lustig. Ja. Und eine andere hat sich beschwert. Noch on top. Ja, das ist ja das Witzige. Eine andere hat sich, nicht die, zu der ich es gesagt habe. Ja. Die, zu der ich es gesagt habe, hat sich Schrott gelacht. Die hat sich gemeldet, sogar ihre Nebensitzerin hat mir sogar noch geschrieben. Und hat gesagt, ich schwöre, das war richtig lustig. Und eine andere Frau, die gar nichts damit zu tun hatte. Wie sind die da gelandet? Ich denke mir halt so. Die war mit dem Bruder da, glaube ich. So. Und da denke ich so, du verstehst Comedy im Kern nicht. Nee. Weißt du, vor allen Dingen, verstehst du es nicht. Ich denke, jeder ist falsch, der sich getriggert fühlt von etwas, was ihm nicht passiert. Und alle anderen feiern eigentlich. Oder einen Großteil feiern. Ist ja meistens so, dass nicht alle über irgendetwas lachen. Aber ich glaube, es war wirklich so 80%. Du hörst auch die Lache im Video. Also es war richtig laut. Das war ein starker, starker Lacher. Ja, das war richtig laut. Also du musst dir überlegen, was die Leute auch vielleicht in den Videos nicht checken. Du weißt es ja, wie es ist. Die Lache, die ihr in Videos hört von uns, ist nicht mal die Hälfte, korrigiere mich gerne, wenn ich falsch liege, ist nicht mal die Hälfte von wie es sich live anhört. Niemals. Kann gar nicht. Ja, weil ich meine nur, dass die Leute eine Wahrnehmung haben. Die wissen ja nicht. Die denken ja, so wie es im Video ist, so ist es live. Nein. Live ist das wirklich mindestens doppelt so lustig, doppelt so stark. Weil das einfach live im Moment, und man hört die Lacher, man kann dieses Audio nicht auf ein Mikrofon bringen. Du brauchst wirklich so drei, vier Mikros. Aber ja, diese technische Equipment musst du halt, ne, das ist nicht mal bei Specials, wenn du so Specials siehst auf Netflix oder sowas. Die Lacher im Raum sind deutlich lauter. Also wirkt deutlich, deutlich lauter. Deshalb, nur damit ihr so eine Wahrnehmung habt, und der Lacher war wirklich laut, sogar auf Video. So. Und das ist halt immer so ein Indikator, dass, du hast schon was Lustiges gesagt, alle lachen, aber du, du hast nichts damit zu tun, und du fühlst, ne, das finde ich nicht in Ordnung. Dann musst du ja, ich denke so, du musst in dir selber erstmal gucken. Du, irgendwas kommt in dir nicht zurecht. Weißt du, was ich meine? Das finde ich jetzt ungerecht, auf einer Comedy-Show. Ist ja Quatsch. Und dann noch dich damit ficken, auf deiner Plattform. Auf meiner Plattform, auf den, nicht schlechte Bewertungen, auf Evente. Ja. So, dass du mich, ja, ich denke also, du bist ja richtig balade. Also Leute, was heißt das für euch? Wenn ihr noch nie Live-Comedy gesehen habt, kommt Live-Comedy, bevor ihr so komische Kommentare droppt. Kommt! 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 Überzeigt euch, schreibt mir, ich gebe dir den Platz. Wenn ihr nicht einmal gelacht habt in 90 Minuten, bei Gott. Geld zurück. Geld zurück, sofort. Jederzeit. Jeder, der mir das schreibt. Ich habe nicht einmal gelacht, live. Ich habe das überhaupt nicht gefeiert, was du gemacht hast, bei Live-Programm. Geld zurück. Sofort. Ihr kriegt von Mariano Geld zurück und ich gebe noch 75 Cent dazu, weil... Haha. Ja. Machen wir weiter. Ja. Wo sind wir gelandet jetzt? Wir waren eigentlich am Ende, haben es dann nochmal hochgeschaukelt und jetzt rutschen wir die Rutsche runter. Challenge Time. Party Peoples. Okay, wir spielen ein kleines Spielchen. Who said it? Ja, ich habe hier ein paar... Wir haben hier ein paar Bits rausgesucht, Jokes rausgesucht, die gesagt wurden von Comedians, die ein wenig problematisch sind. Deutsch, Englisch? Sowohl als auch. Geil. Spanisch? Äh... No. Brasilianisch? Bumba-Zinga, 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 Bumba-Zinga. Ey, das Lied, was du mir gezeigt hast, übrigens krass. Und ich habe es zwei Leuten gespielt, beide haben gedacht, Brasilianisch. Ja, stark, ne? Aber nein. Was ist? Bares. Italiano. Bula-Zinga, Bula-Zinga. Genau, also die Sache ist, wenn es auf... Also die sind immer übersetzt, also egal auf welcher Sprache sie ursprünglich sind, sie wurden dann ins Deutsch übersetzt. Genau, sodass sie beschreibt. Copyright in Writings. Äh, bevor wir loslegen, lese ich nochmal, beziehungsweise ich habe hier eine kleine Triggerwarnung, möchte ich aussprechen. Nur, dass ihr alle wisst, in den folgenden Bits sind Themen sowie Antisemitismus, Rassismus, Homophobie und Sexismus können angesprochen werden. Ja, dass ihr wisst, fühlt ihr euch nicht getriggert, das sind Witze, manchmal sind es alte Gags, also von daher, und die sind nicht auf unserem Mist gewachsen, also bitte. Und auch die Übersetzung darf man jetzt nicht allzu wortwörtlich nehmen, das ist in einem Kontext geschehen, nicht einfach so gesagt worden, bitte. Wir respektieren das und a tage. Wir müssen dann den Künstler einfach sagen, oder was? Du sagst das Bitt und wir sagen den Comedian. Warte mal, ist das nicht ABC jetzt? Ja, ja, wir haben, ihr habt, äh... Ach so, das mit ABC, ah, ich dachte, wer schneller ist. Ja, ich dachte gerade, weil so, das hätt ich nicht gepackt. Ja, ich weiß. Das hätt ich nicht gepackt, ich brauch da Hilfe. Ja, okay, das ist gut, das ist jetzt fair. Jetzt ist fair. Alrighty. Rada, rada, rada. Okay, okay. Warte, A, Love Island, B. B, Comedian, C. So, Bitt Nummer 1. Was ich auch nicht verstanden habe, sind Holocaust-Leugner. Ja, ich meine, wie kann man etwas leugnen, was nie stattgefunden hat? Hä, das weiß man doch, oder? A, Louis C. B, Nikolaj Binner. C, Oliver Polak. Okay, doch nicht. Bruder, wäre jetzt nicht ABC, ich hätte mich dick blamiert. Aber nicht. Ja. Weißt du, safe, safe? Relativ safe, ja. Ich glaube, ich habe es schon gehört. Sag mal nochmal bitte den Satz. Was ich auch nicht verstanden habe, sind Holocaust-Leugner. Ich meine, wie kann man etwas leugnen, was nie stattgefunden hat? Das ist doch asozial zu sagen. Einfach so, gell? Gut. Boah, ist es der? Musst du probieren, Lolle. Okay, wir probieren es einfach mal. Okay. A ist Louis C. B, Nikolaj Binner. C, Oliver Polak. Das hat ihn einfach noch mehr vor unsicher. Eins, zwei und drei. Beide sagen B, beide sagen Nikolaj Binner. Oliver Polak wäre richtig schön. Oli, hat das gesagt? Ich dachte halt, weil er Jude ist, das sei sowas nicht. Ich habe diese zwei, aber... Ja. Also B oder C war es für mich. Okay. Kein Punkt. Wir machen weiter. Genau. Wenn Afrika nur mehr Moskitonetze hätte, könnten wir jedes Jahr Millionen Vermücken vor dem unnötigen Tod durch Aids bewahren. Hart. Oh ja, aber das weiß ich safe. Das weiß ich auch ohne. Das ist sicher auch ohne. A ist Jimmy Carr. B Chris Rock. C Mitch Hedberg. Ja. Weißt du es? Ich schließe es mal einfach aus. Sag was du weißt. Ich sag dir, ob es richtig ist. Also wenn du jetzt deine Antwort einloggst. Ah nein! Ja, sag doch mal deine Antwort einloggst. Ich weiß safe. In Afrika was ist der? Der? Weiß ich nicht. Ja, du wolltest helfen gerade. Ja, ich wollte dich helfen. Ich wollte dir sagen, ich wollte dir deine Frage beantworten. Wenn du einloggst, dann sage ich dir direkt, ob es richtig ist. Ach so, du willst erst mal einloggen? Ja, natürlich. Ja, guck mal, ich spiel den Comedian vor, wie er macht. In Afrika... 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 Jimmy Carr, Chris Rock oder... Mitch Hedrick... Mich Hedrick... Kennst du den dritten? Ja... Shit... Ja, Bruder, Chris Rock wird uns doch nicht f***en wollen. Okay... A, B, C... 1, 2, 3... Jimmy Carr... Jimmy Carr it is... Beide sagen A... 1, 2, 3... Für beide... Ich wäre gerne schwul, weil ich ein Mann bin. Ich mag Männer. Männer mögen mich. Wir mögen uns gegenseitig. Ich hasse Frauen. Frauen hassen mich. Wir hassen uns gegenseitig. Der einzige Grund, warum ich nicht schwul sein könnte, ist, dass ich niemals einen Mann f***en könnte. Weil ich nie etwas f***en kann, das ich wirklich respektiere. Wer hat das gesagt? A, Bill Cosby. B, Jim Jeffries. Oder C, Pete Davidson. Waja, das meinte ich auch. Ja... Die Nummer kenne ich auch. Das ist eine starke Nummer. Hat geiles Rhythmus. Geiler Rhythmus. Ja, das ist so eine starke Nummer. Geiler Rhythmus. Auch wenn du das live gehört hast. Also wenn du das im Video gehört hast. Das ist auch sehr stark. Das ist eine starke Nummer. Auch sehr starke Übersetzung. Also auch in Übersetzung hört sich das sehr gut an. Also wirklich stark. Das ist schon... Das ist brutales Rating. Wenn du das auf Englisch nimmst, auf Deutsch übersetzt und das passt. Simpel. Punkt ist klar. Sehr stark. Also A ist Cosby. B ist wer nochmal? Jim Jeffries und C ist Pete Davidson. Pete Davidson. Ja, gut. Kim KX. Oder Alex. Ja, probieren wir das mal. Ja, stimmt. Ist ihr ready? Ja. 3, 2, 1. Beide sagen B. Jim Jeffries it is. Beide holen einen Punkt. Damn, Daniel. Das ist sehr stark, Bruder. Ja. Hättest du auch auswendig gewusst? Nee. Hättest du den davor auswendig gewusst? Oh, nicht, ne? Okay, next one. Also es ist gut, dass wir ABC machen. Ich versuche mich in die so reins versetzen. Sonst wäre es zu leicht. Also für mich wäre es zu leicht. Ich habe zu viele Specials, glaube ich, studiert. So, next one. Die Regel der Wahrnehmung. Wenn sie schwarz sind, dann ist es eine Gang. Wenn sie Italiener sind, dann ist es ein Mob. Aber wenn sie Juden sind, dann ist es ein Zufall und man sollte nie darüber sprechen. A. Jerry Seinfeld. B. Dave Chappelle. C. Shahak Shapira. B. B. Du warst Safe, oder? Nein, das habe ich noch nie gehört. Dürfen wir das bitte noch einmal hören? Die Regeln der Wahrnehmung. Wenn sie schwarz sind, dann ist sie ein Gang. Wenn sie Italiener sind, dann ist sie ein Mob. Aber wenn sie Juden sind, dann ist es ein Zufall und man so nicht mehr darüber sprechen. A. Wer? Jerry Seinfeld. Es ist A, Dave Chappelle, B und C ist Shahak Shapira. Ja, kann nur einer sein eigentlich. Ich bin ehrlich, wenn du überlegst. Das ist jetzt auf jeden Fall spannend. Habt ihr eingeloggt? Warte kurz, eine Sekunde. Vielleicht bin ich falsch, aber es kann eigentlich nur einer sein. Okay, vai. Drei, zwei, eins. Marlena sagt A, Bruno sagt B. Nee, C, Bruder. Bruno sagt C, sorry, hättest du über B gesagt. Chapelle war's? Nein, das ist doch nicht Chapelles Art und Weise. Aber das ist ja richtig alt. Wann ist das? Müsste ich noch mal nachlesen. Ja, aber das ist ja richtig alt. Das ist ja richtig altes Wedding. Ich dachte, das hat Seinfeld. Und ich dachte, Seinfeld geht nicht die Richtung so. Ja, aber ich dachte, weil das Seinfeld hat so was Lockeres, Leichtes, wenn er das sagt. Er sagt immer schnell, schnell, schnell alles, was er sagt. Und deshalb dachte ich, dass das, ja, keine Ahnung. Vom Wording nach dachte ich, dass das erst ist. Aber egal. Weißt du, warum ich bei Shark nicht dachte? Ich glaube, dass Shark nicht so reden würde. Der redet ja eher so langsam und so Ding. Kann ich mir vorstellen. Das ist so eine Wahrnehmung. Also auf Englisch. Gucken wir uns das nachher nochmal auf Englisch und dann. Ich habe gerade eine E-Mail von meiner Ex-Freundin erhalten, in der sie mir mitteilte, dass sie Aids hat. Und da ich nicht wusste, wie ich sie trösten sollte, habe ich einfach zurückgeschrieben, ich weiß. Was? Das weiß ich auch, glaube ich. Direkt. A. Patrice O'Neill. B. Ricky Gervais. C. Anthony Giselnik. Nochmal bitte. Nur die Dings. Den Gag. Den Gag. Ich habe gerade eine E-Mail von einer Ex-Freundin erhalten, in der sie mir mitteilte, dass sie Aids hat. Da ich nicht wusste, wie ich sie trösten sollte, habe ich einfach zurückgeschrieben, ich weiß. Patrice O'Neill. Ricky Gervais. Anthony Giselnik. Könnten es zwei sein, auf jeden Fall, glaube ich. Ja, ich probiere es. Ready? Eins, zwei, drei. Beide sagen C, beide sagen Anthony Giselnik. Beide holen einen Punkt. Ja, die offensichtlichen, die hat man drauf, gell? Ja, ja. Okay, let's last one, Jungs. Oh, last round, baby boy. Und das ist Gleichstand, gell? Ja. Ey, viel Erfolg, aber. Viel Erfolg, selber. Stark. Starke Runde, sehr gut. Ey, macht Bock. Ja, ich muss sagen wirklich, also, Hut ab, der Bronze kann man sehr gut einordnen. Das ist sehr stark. Das ist halt auch, weißt du? Ja, du musst auch das Wording verstehen, du musst auch, wenn du es auf Englisch schon übersetzt, wie hört es sich an. Ich finde auch gut, dass ihr die Antworten Deutsch und Englisch manchmal... Ja, klar. Ich fühle mich gut gerade. Ja, das ist gut. Ich fühle mich appreciated. Ja, ich überlege gerade, ob wir das ändern wollen für das Letzte, dass es einen Gewinner gibt, aber lassen wir einfach so, gell? Okay. Ja, sonst ist, meinst du, dass wir ohne ABC machen, oder was? Entweder ohne ABC oder dass du es erst sagt. Nee, bitte nicht. Ja, das ist sonst. Wie nennt man Letzte? Okay. Letzte. Ich möchte nochmal sagen, das sind nicht meine Gags, okay? Ich möchte das alle wissen. Das sind deine. Nein, das sind nicht deine Wissens. Wie nennt man eine schwarze Frau, die sieben Abtreibungen hinter sich hatte? Das weiß ich sogar jetzt schon. Nur bei der Prämisse weiß ich das schon, wer das ist. Das ist so ekelhaft. Eine Verbrechensbekämpferin. Wow. Bruder, mach das heute, gell? Ey, der Typ ist so illegal. Ja. Mach das heute. Ja. Und ich schwör, du musst einfach auswandern. Du musst einfach raus. Du musst dich verstecken, oder? Ja. Ich schwörf alles. Das geht auch nicht. Das ist auch nicht mehr ein Ding. Das ist einfach nur, ich lach da drüber wahrscheinlich, weil er einfach ein Assi ist. Ja. Und ich denk so, was traut der sich zu sagen? So. ABC, bitte. Eins. A. Lisa Lampanelli. B. Kevin Hoyt. C. Martin Lawrence. Was? Jetzt bin ich ja komplett raus. Sag nochmal. A. Lisa Lampanelli. B. Kevin Hoyt. C. Martin Lawrence. Ja gut. Kann nur einer sein. Machst du A, oder? Bist du ready, oder? Ja. Hm? Mhm. Äh. Drei, zwei, eins. Beide sagt C. B. Richtig wäre gewesen. Ah. Lisa Lampanelli. Lisa Lampanelli. Nein. Laber nicht. Scheiße. Ich dachte das war Cory Holkamp, weil der hat die ganzen Abtreibungs... Aber hat er das nicht gesagt? Nein. Ich dachte der Martin war das. Der hat schon ein paar in die Richtung... Ja, aber da geht's... Hier ist ja... Crimefighter ist ja das Ding. Weißt du, ich meine? Das ist ja eher politisch, also eher rassistisch, als dass es Abtreibungswitz ist. Ja, ja, ja. Cory hat... Cory hat... Cory hat nur Abtreibungswitz. Der hat die ganze... Boah. Ich dachte, ich hab das komplett verwechselt gerade. Ja, ich auch. Ja. Kennst du Cory Holkamp? Ja, nochmal. Ich war am Anfang so, der ist so asozialisch oder so. Der, du weißt nicht von mir du redest grad. Der, du weißt nicht von mir du redest grad. I'm sorry. Und du sagst der und du hast mich verunsichert, weil ich war eigentlich A und dann dachte ich mir, du sagst der und war sicher, Kevin hat niemals und Martin... Ich dachte, ja, Martin Lawrence würde sowas nicht sagen. Aber vielleicht... Ja, weil du weißt auch, der hat's schon immer gesagt. Der hat schon immer gesagt. Ja, das geht. Haben wir eine Stechenfrage oder was? Oder haben wir die nicht. Oder war das schon die Stechenfrage? Tatsächlich war das die Stechenfrage. Ja. Hm. Schon wieder unentschieden. Chili oder's? Schon wieder unentschieden. Und wieder Chili. Ja, das ist doch scheiße. Wieder Chili, Alter. Ja? Wieder Chili, Jungs. Nee, Jungs, ich kann das nicht mehr. Hier unziehen ist doch Schrott. Also ich hab diese Hotelzimmer, gell? Erzähl mal ganz kurz. Sag mal ganz kurz eine Frage, Alter. Bitte. Eine Frage noch. Komm, eine Frage. Sag mal eine Frage ganz kurz. Ich hab eins. Ich hab früher bei McDonalds gearbeitet für Mindestlohn. Weißt du was? Wisst ihr was das heißt, für Mindestlohn zu arbeiten? Du weißt ganz genau, dass dein Boss versuchte dir zu sagen, hey, wenn ich dir weniger bezahlen könnte, würde ich's machen, aber ist gegen das Gesetz. Brauchen wir Antwortmöglichkeiten? Ja. A. Chris Tucker. B. Da, mir fällt keiner sonst an. B. Martin Lawrence oder C. Chris Rock. Ich wollte eigentlich dreimal Chris, aber dann ist mir irgendwie grad auf die Schnelle kein zweiter Chris eingefallen. Kein dritter Chris eingefallen. Ja, Bruder. Ja gut, sehr easy. Oder? Ja, das Ding, Bruder, was soll ich euch sagen? Das Wording ist einfach eins zu eins. Das Wording ist ... You know! Ja. He will pay you less, but it's against the law! Stark, ja. Danke, danke. Der ist grad von Seite gekommen. Ich weiß auch nicht. Scheiß drauf, wir machen zusammen Strafe, ist egal. Egal, ist gut. Sehr stark. Ich geb mich auch unentschieden zufrieden. Ist okay. Wir haben's probiert, aber ... Ja, nächstes Mal müssen wir wirklich mit reinrufen machen, dann ist besser. Es gibt nur einer, der einen Punkt haben kann. Vor allen Dingen, wenn man halt sieht, okay, gut, das ist viel ausgeglichen, dann machen wir das nächste Mal mit reinrufen. Also mit reinrufen sag ich dir ehrlich, hättest du ja gewonnen. Ja, ja, safe. Außer halt vielleicht bei zwei hättest du eine falsche Antwortmöglichkeit gegeben, dann muss man halt auch mir einen Punkt geben, wenn's eine falsche ... Nee, du musst erst mal erraten, sonst gibt's keinen Punkt. Nee, das ist wie bei Blamieren oder Kassieren. Einen letzten geb ich euch ... Blamieren oder Kassieren. Da müsst ihr erraten, da werdet ihr wahrscheinlich raten. Nein, ich will so nicht verlieren. Okay, komm. Ich will so nicht verlieren. Das waren nicht die Regeln. Und ich hab echt mir Mühe gegeben. Ich hab mir sehr viel Mühe gegeben. Ich geb euch A, B, C, Bruder. Ich geb euch A, B, C, nur das ist jetzt ein bisschen schwieriger. Das ist nicht so offensichtlich. Ich will nicht verlieren, wenn wir schon unentschieden ausgemacht haben, Digga. Okay, komm, sag, sag, ich will jetzt wissen. Okay. Vielleicht gewinnst du auch, Bruder, das ist mit Raten. Das ist mit Raten jetzt. Der muss auch raten. Also wenn der das jetzt weiß, Bruder, ich fress ein Wesen. Ja. Oh, das nehmen wir auf. Eine gute, eine wichtige Regel, die man sich fürs Leben merken sollte, ist, wenn es um schöner Chirurgie und um Suche geht, lass dich niemals von einem Angebot anziehen. Okay. Wer hat das gesagt? A, Russell Howard. B, Greg Davies. Oder C, Graham Norton. Wenn ihr das jetzt wisst, Bruder. Wenn ihr das jetzt wisst, Bruder. Russell Howard, Greg Norton und? Russell Howard, Greg Davies oder Graham Norton. Ja, das ist ja nur Quatsch jetzt. Das ist ja nur Raten einfach. Russell Howard. A, B oder C. Ja gut, ich weiß es. Schwarz. Kennt ihr einen von denen? Ich kenn keinen. Gray Norton, Alter. Das ist doch von, Spaß. Einen kennt ihr safe. Russell Howard kennen wir, glaube ich. Nein. Graham Norton kennt ihr. Wer ist das? Graham Norton Show. Graham Norton Show, Bruder. Dieser Brite, die haben so orange, die sitzen da immer. Der hat alle Stars bei sich, Bruder. Laber. Der ist so ein kleiner, grauer Haar, so ein bisschen so extra. Ja, ich rate jetzt einfach. Ah, der ist aber der Host. Der ist der Host, ja, ja. Der ist aber schon älter. Ja, ja. Die sind alle älter. Die sind alle älter. Genau. Aber das ist so der, den man kennen würde. Okay. Russell Howard. Russell Howard. A, B, Greg Davies. Oder C, Graham Norton. Ja komm, das ist doch eh geraten. Eh geraten. Eins, zwei oder drei. Was sagt ihr? Sag A. A, B, Graham Norton. C, wer ist es gewesen? Wagner, Billa. Wir bleiben bei Unentschieden. Das war's von der Folge. Tschüss, macht's gut. Wir sehen uns nächstes Mal, wenn wir beide Straf machen müssen. Bleibt gesund. Peace. 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 Peace.